Hey ho! Ihr habt gefragt, wann kommt das nächste Community Event, wann kommt das nächste Community Event, wann kommt das nächste Community Event und ihr habt gefragt, wann kommt das nächste Tutorial, wann kommt das nächste Tutorial, wann kommt das nächste Tutorial und ich kündige beides an. Wow! Das nächste Community Event startet heute Abend 21 Uhr live auf meinem YouTube-Kanal, kommt heute Abend live auf meinen YouTube-Kanal, da ich hab's in Discord auch schon angekündigt. Heute 21 Uhr live auf meinem YouTube-Kanal startet das nächste Community Event mit dem besten Thema aller Zeiten und direkt im Anschluss werde ich mein nächstes Tutorial fertig vorbereiten. Ihr bekommt heute quasi beides. Ein neues Tutorial für RPG Maker und ein neues Community Event. Ihr bekommt, was ihr wolltet. Also, ich sag ciao und wir sehen uns heute Abend 21 Uhr live im Stream, Community Event und im Anschluss Tutorial. Let's go!